Okay... ...Wir das aufstehen nicht mehr schwerfällt... Switch... Ist das irgendwas vom offiziellen Nintendo Deutschland? D-dü-dü-dü-dü-dü... Nee nicht mal irgendwie Dick Werbung dass es jetzt losgeht oder sowas. Ich hätt ja schön auf meinem Nintendo keiner noch mal rausgeballert... Und... Der Splatoon-Event hat begonnen!! Aber nix ist. du 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 ich denke da kommt keiner mehr du 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 ich denke mal das wird gleich die zeit ablaufen der suchvorgang ist auch aus da oder hat das sich nicht bewegt ich dachte mal die punkte hätten sich bewegt aber doch das geht noch der devil ist da eine runde dürfen wohl noch ich denke danach ist ein ende wenn wir noch zwei spieler finden ist natürlich die prämisse dafür aber ich glaube da kommt noch mehr da kommen ein haus noch rein und dann noch den zweiten direkt hinterher Komm schon. Dü-dü-dü-dü-dü. Ja. Einen Personen. Sieht aus wie ein umgefallener Wolkenkratzer oder sowas. Er liegt auf der Seite. Er sieht unglücklich aus, als wäre er betrunken. Nö-nö-nö-nö-nö. Na. Komm schon. Einer noch. Können die jetzt. Dü-dü-dü-dü-dü. S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Oh, gleich ist vorbei. Ah, der Timer hat sich noch nicht zurückgesetzt. Ich glaube, die lassen einen noch. Noch eine Runde dürfen wir noch mal. Die Lobbys, die noch auf sind, dürfen noch mal eine Runde. Sieht ganz danach aus. Wir sind immerhin schon zwei Minuten drüber übers Ende. Oder bei Nintendo findet einer den Ausklopfen. Wie macht man das nochmal aus? Ich hab das vergessen. Du musst aufdrücken. Wo ist das? Wie schreibt man das? Pierre Region. Komm, einen noch. Lass mich doch noch eine Runde spielen. Bis 4 Uhr nachts ist es noch so lang hin. Oh, alter Falter. Also es ist genau wie früher. Das ist das Einzige, was mich jetzt schon nervt. Das Matchmaking geht einem immer noch auf den Sack. Aber das ist halt nun mal so bei diesem Peer-to-Peer-Scheiß. Wenn das richtige Server wären, auf dem man daddeln würde. Mooney! Dankeschön, Mooney. Den Stern hast du dir auch wirklich verdient. Dann wäre das alles anders. Dieses Rumge-Matchmake, da sind wir als PC-Spieler auch verwöhnt. Das ist einfach so. Da haben wir keinen Bock drauf. Das ist nicht unsere Welt. Färbel möglichst viel ein und wir feiern dann auch aufzufeiern. Wir feiern dann auch aufzufeiern. Let's go! So ein Curling mal wieder benutzen hier. Der ist schon cool. Muss ich ja mal zugeben. Also witzig ist das Ding. Von dem kannst du einfach von hier oben irgendwie da runtercurlen und los geht das. Wie kommt der da blaue Farb? Oh, lila. Oh, oh. Die haben sich direkt bei uns in unser Startgebiet vorgekämpft, habe ich das Gefühl. Da müssen wir aber mal aufpassen, dass sie nicht zu weit vordringen. Gut wäre das nicht. Hier, ich curl mal was zu euch runter, ihr kleinen Mogulis. Oh, oh. Was sind das für blaue Kreise? Ich weiß nicht, wie die her. Uh, kommen. Ja. Oh nein, ich habe gerade meine Superpower eingesetzt. So ein Scheiß. Wie schön wäre es gewesen. Oh, oh, oh. Wir werden richtig zerpflückt. Oh, hilft nix, ne? Wir werden gerade richtig zermettelt. Ich will ja nix sagen, aber der Gegner hat uns fest im Griff. Aber richtig. Oh, wir werden zermettelt. Zermettelt. Oh, scheiße. Los, los. Nein, nicht die Karte. Auch jedes Mal wieder. Das wird dauern, bis ich mich da von meinem Zelda wieder entwöhnt habe. Und da ich morgen früh Zelda aufnehmen muss, ist das dann alles wieder präsent. Gerade dann wird das wieder frisch da sein. Scheiße. Zu wenig Tinte, um einen super Puck hier einzusetzen. Oh. Nein, nicht schon wieder. Hier, Schweinebacken, ey. Ist ja nicht zu fassen. Okay, wir werden richtig zermettelt. Oh mein Gott. Ja, los geht's. Nein, 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 nein. Nein, scheiße. Oh, Sterben kostet sogar Punkte. Na, so ein Mist. Das ist ja schade. Alter, das sind ja alle tot. Mein ganzes Team ist im Arsch. Startpunkt bitte. Wow, wir sind, ja, wie nennt man das denn? Außerordentlich schlecht. Ist das, ja, ja. Wir sind außerordentlich schlecht. Wir werden richtig gebaseraped. Das geht also immer noch. Das war, bei irgendeinem Map war das richtige Problem. Damals bei der, bei der Wii-Version. Ich weiß nicht mehr welche. Alter, Falter. Das, schade. Wäre der Server doch mal rechtzeitig abgeschaltet worden. Dann hätte ich das hier mir ersparen können, ja. Oh, ich fasse nicht. Ja, komm, ich helfe dir. Ah. Ich würde ja hier richtig zermettelt machen. Oh mein Gott. Oh, da geht nicht mehr viel, Leute. Da geht nicht mehr viel. Auf jeden Fall gab's da eine Map. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber da gab's auch ganz extremes. Ich glaub, das war diese, mit den Half-Pipes da. Diese, irgendwo eine Map hab ich gehasst. Das weiß ich noch. Und das war, glaub ich, die Half-Pipe-Map. Wenn wir jetzt gleich erstaunlicherweise doch gewinnen, dann lach ich aber. Aber das wird nicht passieren. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich will jetzt einmal einen von den Mowgli's hier auch noch besiegen. Ja, wird nix. Wird einfach nix. Das ist richtig schlecht gelaufen, Leute. Richtig schlecht gelaufen. Aber ich würde sagen, diesmal gebe ich eine Prognose, aber wir verlieren. Ich hab noch keine, ich wollte sagen, wir haben noch keine 20%. 17%. Ja, das war vernichtend. Das war vernichtend. Ja. Ja, ja. Ich stehe dazu. Aber guck mal, wir waren nicht der... Alter, wir haben zwei Leute, die null Punkte haben. Wahrscheinlich sind die gar nicht dabei gewesen. Vermutlich. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen Kampf dürfen oder ob die Server jetzt weg sind. Das Matchmaking läuft immer noch. Was ist denn los, Nintendo? Ich dachte, es ist um 21 Uhr... Oder geht es bis 21.59 Uhr? Ne, eine Stunde. Immer eine Stunde. Ja, ich nutze das natürlich auch, wenn das länger geht. Soll mir jetzt recht sein. Ich hab jetzt kein Problem mit. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Eine Stunde neun. Noch geht's, ne? Ich würd gerne die Waffe nochmal wechseln, aber ich hab Angst, wenn wir aus der Lobby rausgehen, dass wir dann vielleicht nicht wieder reinkommen. Naja, eine Runde scheint noch zu gehen. Komm schon, einer noch. Ein schnelles Ründchen dürfe wohl noch. Nintendo ist genädig. Verlängert vielleicht auch um zwei Stunden. Ich weiß nicht, was hier passiert. Der Kampf beginnt. Ah, dann mal los. Dann mal los. Färbe möglichst viel ein. Korallenviertel. Jo, geht los. Es wird eingefärbt, was nicht nie und nagelfest ist, Leute. Ah, wieder das gleiche. Alter. Link und press auf so weit. Ihr habt mein Springen vernichtet. Ihr habt es einfach vernichtet. Uh, laufen, 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 laufen. Warte, ich werde das in Curling. Das in Curling-Ball zu euch. Da haben die nicht mehr gerechnet. Ich komme jetzt von hinten. Ich komme jetzt von hinten. Uh, wie zu treffe ich dich. Oh, es hätte so gut werden können. Es hätte so gut werden können. Und dann habe ich voll versagt. Okay, let's do this. Voll versagt. Guck mal, wer hier kommt. Der Blaufuchs. Ich dachte, ich lade auf dem Dach, aber offensichtlich geht das nicht. Komm schon, komm schon. Curling, Curling. Woo. Weck ekeln. Hier ist noch sehr viel uneingefärbtes. Oh, läuft. Wir kümmern uns drum. Wir brauchen den Roller wieder, Mann. Das ist meine Waffe. Wenn ich da den Nahkampf noch draufkriege, dann ist das meine Waffe. Eines Tages werde ich den Nahkampf auch mit... Oh mein Gott. Das gibt alles so. Aber diesmal sieht es... Ah, es sieht immer noch nicht gut aus, aber auf jeden Fall nicht mehr ganz so scheiße. Also nicht mehr ganz so super mega scheiße. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht auch nicht in das Feindgebiet mich rein teleportieren. Das läuft einfach nicht so gut. Ich habe so das Gefühl, da ist noch ein beiden Verbesserungspotenzial vorhanden. Nee, da können wir noch bis später werden. Doch, okay, wo man. So, warum ist hier eigentlich auch nichts ordentlich zugesaut? Leute, wir müssen ja auch unseren Bereich zugesauen. Sonst gewinnen wir nicht. Die ganze Map zählt. Wollte das ja nicht verstehen. So, okay. So, das wollen wir mal gucken. Da kommt gerade so ein grüner Mogli an. Na ja, die weggerollt. Sehr gut. So, meine Freunde. Da wollen wir mal einen ganzen grünen Scheiß hier voll saugen. Da guck dir, doofer. Ah, Mistikaki. Lass mich entdecken. Ich habe mir gedacht, ich bin einfach unsichtbar oder so. Aber nee, man sieht mich da. Oh, scheiße. Wenn ich die Map schon sehe und die Zeit, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Oh, läuft nicht. Oh, ich will nicht wegkleckstern. Oh, ich treffe ihn nicht. Ich treffe nicht mit dieser Motion-Steuerung. Es läuft einfach nicht. Vielleicht mache ich sie einfach aus und nehme den Joystick. Also, wir werden es auch nochmal ohne probieren. Wir haben ja um 4 Uhr heute Nacht nochmal einen Termin, Leute. Und dann stelle ich das mal ein bisschen ein. Wir probieren so ein bisschen rum. Dafür ist hier dieses Testify-Event auch da. So, ich würde sagen, wir wurden richtig rasiert. Nennt man das noch so, rasiert? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. So, ich bin mal gespannt, ob jetzt die Server immer noch gehen. Weil irgendwie... Und läuft offensichtlich. Guck jetzt mal nebenbei nochmal online. Ich bin jetzt ja neugierig. Ich habe was verpasst. Termine. Ja, immerhin waren wir nicht der Schlechteste in unserem Team. Heute auf Nintendo Switch. Ja, das habe ich... Merke ich. Beginnt heute um 20 Uhr. Freitag 20 bis 20.59 Uhr. Ja, es ist jetzt 21.11 Uhr. Spieler werden gesucht. Ich bin ganz zuversichtlich, dass da noch ein bisschen... schon was geht. Ich glaube, Nintendo hat die Uhr schon umgestellt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber wir wollen das natürlich ausnutzen, solange es geht. Also... Du musst noch einen Nintendo-Account erstellen. Ne, habe ich schon gemacht. Ich benutze ihn gerade schon. Läuft. Die Kiste läuft. Ich bin ganz zuversichtlich. D-D-D-D-Ding. Oh, sieht so aus, als dürften wir noch eine Runde. Läuft. Läuft. D-D-D-D-D-D-D-D. Union. Und Kuti-Biti-Biti. Und... Hüsk-Schredwin. Nö, 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 nö. Rebellious. Dö, 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 dö. Oh, oh, einer hat sich verabschiedet. Oh, oh, das war's. Die Verbindung wurde unterbrochen. Bitte versuche es später erneut. Ich denke mal, jetzt ist es auch Ende. Gut, ich versuch's nochmal. Es konnte keine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Ja, ja. Also, das war's dann jetzt. Jetzt ist dieses, äh... Die erste Testrunde ist vorbei. Ja, kurzes Fazit soweit. Also, Performance ist tutti frutti. Ich muss sagen, bis jetzt läuft es gut. Es sieht optisch, ja, aus wie die View-Version. Also, ich sag mal, es ist vielleicht besser ausgelöst. Ich sitz halt ein bisschen nah dran. Mal gucken, wie sich das nachher auf dem Fernseher darstellt. Ansonsten, soweit. Macht's Spaß. Schauen wir mal, was die nächste Runde dann nachher um 4 Uhr nachts bringt. Ich bin mal gespannt, wie das Matchmaking so weitergeht. Bei euch bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit auch ein bisschen Spaß. Vielleicht sieht man sich ja gleich in die nächste Runde. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.